Musik Die Besucher können sich natürlich auf ein wahnsinnig buntes und spektakuläres Event wieder freuen. Ein mittelalterliches natürlich. Wir haben viele Mitmachaktionen und freuen uns wahnsinnig auf die Besucher, die dann wiederkommen werden. Wir haben ein Jokerturnier, wo jeder gerne eingeladen ist mitzumachen. Die Besucher werden dann verschiedene Stationen durchlaufen und dann nachher, wenn sie alles bestanden haben sollten, werden sie dann im Stand eines Junkers erhoben werden. Dazu haben wir dann noch unsere Bliebenwerfen. Wir haben eine Schwertschule, wo man gerne eingeladen ist mitzumachen. Eine Bogenbahn, wo die Leute sich üben können und Bogen schießen und noch vieles, vieles mehr. Musik 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 Musik